Ja, da wär ich eigentlich auch wieder. Na, lädt das weiter oder nicht? Ja, doch, lädt noch zu Ende. Ähm, ja, letzte Folge ist ein kleiner Scheiß passiert, ein großer Scheiß, um ehrlich zu sein sogar. Ja, mit dem Nita-Shitty da. Hm, ja, ich latsch grad nicht mit dem Typ hier, sondern... Input lag, natürlich, sozusagen. Ähm, ja, ich hab das Ganze einfach rebuildet. Nochmal neu gecheatet. Alles rebuildet, da diese, ähm, der Monster, lieben Herr, einfach nicht serverkompatibel sind. Und, sozusagen, nee, die haben mich einfach nur aufgeregt, letzte Folge, aber wirklich aufgeregt. Äh, normalerweise bin ich dann doch eine Runde ruhiger, wenn ihr's mir nicht glaubt. Ist aber leider so. Und das hat mich einfach so richtig ordentlich angekotzt. Ich hab richtig abgekotzt, auch danach. Also nicht... So, schön mit Tiergeräuschen, alles betont. Ich muss jetzt rübergreifen. Na, sehen. Na, scheiße, ihr könnt ja gar keinen Kaktus sehen. Ich muss immer überlegen, in welchem Ding da ich bin. Ja, hoffentlich wird's bei Skyblock P. Je schöner darf es spielen, ja. Nur mit... Wir haben mit den lieben Herren Möpsen. Ja, zwei Aufnahmen hab ich schon versemmelt. Geil. Ja, dann schau ich mal, wo wir uns... Oh, ich find's nice. Halt. Hört ihr? Ich muss halt einfach nur mit meinem Handy in der Nähe sein. Dann hört ihr Sound über mein Handy. Brr, 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 brr. Äh, Fred, wirf mir mal... Ich hab mir ne Dia-Spitzhacke gecheatet. Ja, ja, ja. Aber die Dia-Spitzhacke kommt beim nächsten Mal natürlich eh wieder weg. Na da, Fangkaktus. Sugarcane. Darf ich mir mal rüber? Glowstone Dust. Glowstones kommen dann. Melonsamen. Und mehr brauchen wir hier eigentlich nicht wirklich von dem, was das andere Männchen hier sagen hat. Dann klären wir mal hoch. Ja, danke, dass du auch so schön hochkletterst. Also, deine Kletterkünste, ne? Mein Lieber, da müssen wir noch drüber reden. So. Nee, gefällt mir nicht. Zu Christbaum-mäßig. Zu Lammetta-mäßig. Zu Glöckchen-mäßig. Ach, ich weiß, wo wir es sogar richtig gut anbringen können. Machen wir uns jetzt auch gleich mal Glowstones. Und verbauen die. Also, ich kann jetzt zwei... Zwei Stäubchenteile da lassen. Wir gehen natürlich noch mal in den Nähe. Dann noch mal mit den Zombie-Pigmen. Dann wird es hoffentlich auch wieder besser. So. Drei... Ja gut, drei Lightning-Sounds. Wir bauen mal zwei ein. Ach, nice one, dass das jetzt auch geht. So, ein schönes Panel. Können wir hier verdammt viele Fackeln wieder raushauen. Geil. Wir haben jetzt indirekten In-Game-Sound. Schön wäre es, wenn es auch lange anhalten würde. Ihr seht ja, er ist blau bei mir. Blau, 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 blü, der rennt sie an. Ja, dann... Nee, Christbaum... Äh, hallo? Ach ja, danke. Wir wollen uns ja nicht an die große Glocke hängen. Dass wir ja Lametta... haben. Äh, ja. Wenn das alles sein soll... Und was macht denn anscheinend danach? Ja. Hä, wie habe ich dann die Socken? Ach, ja, ja, ja. Ich brauche eine größere Fläche hier. Ah, und Bilder auf dem Boden aufhängen sind ja auch eine geniale Idee. Kann nur mir einfallen. Muss ich auch noch, äh, ja. Eh so. So, dann denke ich gerade nach. Wie will ich das hier hinklatschen? Gut, zwei Cobblestones hier drunter. Können die Bilder auch größer werden? Natürlich auch nicht, aber... Boah. Ihr hattet so eine billige Auswahl. Ach, das sieht doch schön aus mit so einem Creeper. Ja, das sieht auch wirklich... Ja, gut, richtig ordentlich aus. So. Mein Texte-Pack gibt es natürlich immer, wie gesagt, zum Download. Wir haben da ja unsere Socken aufgehängt. Hallo? Wird es so schnell wieder dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell? Für mich ist es ein bisschen zu schnell. Dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell. Ja. Prolatsch mal. Also, die Tasten sind ein bisschen schwerer zu drücken hier. Also, ein bisschen kleiner. Entweder sind die dadurch, dass ich das so gemacht habe, kleiner geworden. Oder sie sind wirklich viel kleiner. Auf dem iPod. Ne? So. Ja, da können die Kakteen auch mal schön wachsen. Äh, ich weiß noch nicht, wofür die wir... Wofür die wir... Yoda brauche. Wofür wir die brauchen, Yoda? Aber ich glaube, wir machen hier dann gleich nebenan gleich mal so ein richtig fettes Melonenfeld. Mit so richtig fetten Melonen. So, muss ich mir nur überlegen, wo ich hab... Wo ich hab das gemacht, Wasser hin. Oh. Ich lieg so ungemütlich auf der Schule. Ja, sorry. Oh. Ja, meine Schule ist eingeschlafen. Gut, den Moor gehen, aufstehen, Schulti, Schulti. Du musst in die Schule. Fick dich, Mama. Schule fällt heute aus. Das weiß ich. Ja, das ist möglich, ne? So, dann brauchen wir noch eine Feldhacke. Ähm. Die machen wir am besten natürlich... Ja, wir brauchen für Melonen eine Feldhacke. Ihr habt schon richtig verstanden. Ich hab mich nicht irgendwie jetzt verwählt. Hey, wo sind die kommen? Ach ja. Eins, zwei. So, dann wieder hoch. Ach ja, was starten der? So, da wird der Tunnel auch weiterhin entstehen. Weiß zwar nicht, wozu ich das gemacht hab, aber okay. Also, jetzt angefangen hab. Boah. So, wir machen natürlich dann auch weiterhin weiter. Ähm. Boah. Also, ich weiß nicht. Wir kommen ein bisschen lame voran. Also, wirklich, was ich... Was ich gerne hätte, ist wirklich ein bisschen schneller irgendwo an Stellen voranzukommen. Bleib doch nicht hängen, du Vogel. Hm. Zum Glück haben wir jetzt vier Teile pro Woche. Sonst wär's ein bisschen stark unmöglich. Halt eins. Eins, zwei, drei, vier. Hier muss die Reihe rein. Uns reicht ja natürlich ein Zaun. Äh, damit können wir uns natürlich auch zu... Was? Warum? Warum geht denn Abbaugeräusch nicht mehr? Weil wir wahrscheinlich nicht in einem Haus sind, oder? Wie viele Beete machen wir denn? Ähm. Hier einmal vier. Ja. Vier plus eins, zwei, drei, vier. Ja, gut, machen wir mal so zwei Dinge da, Wasserbewässerungsreihen. Plus vier und vier, äh, jede Seite sozusagen. Ja, wird schon hinhauen, so in etwa. Gut, wir haben kein Grabgeräusch mehr. Ist aber sch... Ja, ziemlich unwichtig, finde ich. Ja, also die Grabgeräusche, auf die kann ich verzichten. Äh, haha, Doppeldeutigkeit. Grabgeräusche. Boah, ich glaube... Nee, heute mache ich nicht mehr die Speedmining-Aufnahmen. Die mache ich erst morgen oder so. Oder wenn ich die überhaupt noch machen will. Nee, mache ich natürlich. Denn wir wollen auch mal richtig Gold haben. Ohne das Cheating. Ha, Cheating. Keine Eier. Ja, aber ihr habt selber abgestimmt. Ich, ich habe ja gecheatet. Dank euch. Ihr seid schuld. Nee, nee, keiner ist schuld. Ähm. Ja, gut. Dann machen wir hier halt auch noch. Uno. Und Dö. Oder so irgendwie hin. Ähm. Ja, klar. Zahlen sind so meine Stärke. Werden hier wahrscheinlich jetzt verdammt viele Weizensamen bekommen. Und schauen mal, dass geil ist. Wupp. Was? Bei meinem Android-Kerick geht das aber. Warum geht das hier nicht? Ja, weil, weil es wahrscheinlich Skyblock ist, ne? Na, scheiße war's. Ich dachte durch Tor hochhoppen. Gehen die Felder kaputt. Was eigentlich im Normalfall sein sollte. Aber was für ein Zufall? Nee. Die MCP-E-Welt hat da doch ein paar andere Sachen vorgesehen. So. Natürlich wird das Ganze hier eingezäunt. Die Samen für Weizen schnappen wir uns natürlich auch. Die ganze Erde soll hier einfach zur Zeit nur bewässert werden, die wir hier haben. Ich glaube nur auf feuchten Feldern. Na gut, vielleicht auch nicht. Android ist ja was ganz Besonderes. Da muss es nicht bei Apple klappen. Nö. Vielleicht war es auch ein guter Zufall. War aber ein sehr zufälliger Zufall. So, ich hab die jetzt nur eingeplant. Plans vs. Zombies. Nee, wär ich natürlich nie. Äh, ja, wobei am PC wär's schon interessant. Auch solche Spiele mal zu Let's Playen. Bzw. schreibt mir mal auch das in die Kommentare. Würde ich gern mal wissen. Wie fändet ihr es, wenn ich auch mal solche andere Spiele, die man im Normalfall eher auf der PE zockt? Äh, Pop Edition mäßig zockt. Oder welche Spiele ich mal zocken soll für euch? Ähm, weißt du, dass ich jetzt mal mehr Zuhörer hab? Humpumpump, ja. Ja, soll wahrscheinlich so klappen. Ja, ist ein paar Zuschauerchen jetzt mehr. Ja, dann könnt ihr vielleicht sagen, hm, zockt doch mal Plans vs. Zombies. Sam, PC, bitte. Dann sagt X23, ja. Ja. Und sagt euch, zockt, wann? Sagt zum Beispiel, März. Ja, sag ich jetzt einfach nur zum Beispiel. Dann wird nicht... Ah, okay. Muss ich kurz mal auf ein Knöpfchen drücken. Um mein Handy wieder aktiv zu machen. So. So. Sehr selten verschwinden eigentlich die Samen noch in der Welt. Äh, nee, unten. Scheiße, wie heißen die? Nee, unterm Block. Unterm Block, unterm Rock. Und zwar nicht unter diesem Rock. Und zwar hat genau perfekt... Ach, einfach absolut perfekt... Das ganze Zeugste da gepasst. Er hat weg, das hier weg, das hier weg. Nee, das hier brauchen wir dann. Für die Farm. Werde natürlich oft noch... Noch oft genug in diesen Neter da reingehen. Werde ich auch... Äh, auf meine Weise... Äh, reaktivieren. Äh, beziehungsweise... Ja, gut. Was heißt denn hier auf meine Weise? Ich werde dann allgemein reaktivieren. Ähm, haben wir noch irgendwo Holz? Oder muss ich Fällen gehen? Wir bräuchten Zaun. Zaun, 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 Zaun. Opa-Zaun-Style. Nee, das Geist ist trotzdem Propaganda-Style. Na? Propaganda... Nee, wir haben ja genug Holz. Das ist ja... Das ist ja Betrug. Hier, noch irgendwas farmen zu gehen. Vielleicht in der Ding da. Speed Mining Edition. Sonst kann man von mir auch nicht erwarten, dass ich hier schon lang minen gehe. Mining muss sich wieder lohnen. Ach ja, ach ja. Der gute Herr Rab. Hat wohl eins zu viel auf die Birne bekommen bei seinem Schlag den Rab-Schütter. Und jetzt muss er sich ja auch so einen Schütter einfallen lassen. Na, geht er lieber ins Promi-Boxen-Zeugs da, lässt sich dann nochmal die Birne verkloppen, dann läuft's aber auch wieder. Weil ich finde, Politik ist bei uns... Meinung muss sich wieder lohnen. Meinung gleich Politik. Naja, eh ein bisschen so. Besondere Politik. Ne? Ich würde fast sagen. Ja, nee, komm, machen wir's. Wenn schon, denn schon auf ein Level... Ja, was ich eigentlich berücksichtigen wollte. Ich wollte das Ganze hier mal mit Holz abdecken. Und werde ich natürlich auch noch, wenn ich dann hier in die Ecken da und hier und da was hingesteckt hab. Boah, wir sehen natürlich nicht viel, aber es ist mir herzlichen egal, denn ich sehe genug. Mein Handy kann ich ja noch heller machen. Ich hab's beinahe auf ganzer Helligkeit. Den iPod hab ich auf minimaler Helligkeit. Der ist auch ein bisschen zu dunkel für mich. Ihr seht's natürlich perfekt. Hab ich auch einem gewissen Herrn, wie heißt denn der? Brand... Und wie sofern sehen? Geschrieben, dass es shit egal ist, denn der Display Recorder aus Südia nimmt es so oder so auf. Ob es hell ist oder nicht. So, dann stelle ich das mal in die Ecke. Das hier auch. Also Zombies. Hier hab ich Zombies... Äh, Viecher... Äh, Zombie. Ganz besonders auf die Zombies eingehen. Hm. Äh, nicht gerne erwünscht. Hier hab ich die ziemlich gerne erwünscht, weil hier werden die ziemlich mit Sicherheit verrecken. Weil ich hab das Kakteenfell ja halb bedacht, aufgestellt. Oder wenigstens gebaut. So kann man's auch bezeichnen. So, auch in die Hinterstecke kehrt Licht oder kommt Licht. Kehrt Licht ein, kommt Licht irgendwie. So, halt. Komm, lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir doch nichts getan, ey. So, dann gehen wir mal hoch. Oben ist jetzt ordentlich beleuchtet, ordentlich ausgeleuchtet. Ach, schönes Creeper-Bildchen. Also möchte ich vielleicht auch irgendwann mal ein Flachbild-Fernseher haben. Ist aber jetzt auch nur so ein Wunsch, so wunschmäßig. So einen richtig geilen Flachbild-Fernseher, der so hängt an der Wand. Ich glinze von der Seite zu der und hab einen Controller in der Hand und so. Ja, das sind alles schöne Träume. Ne, Träume. Irgendwann mal werden sie wahr. Eventuell. Außer man wünscht sich halt ein, ja, iPhone und ist Hartz-IV-Empfänger. Dann kannst du das vergessen. Hehe. Ja, wobei auch solche können so ein Gerät besitzen. Aber ich glaub, ja, nicht wirklich, dass sie es lange behalten dürfen. Ja, gut. Besitzen allgemein wird auch schlecht klappen. So, ich denk grad nachher, wie ich das anstellen will, weil irgendwas muss ich hier hinstellen. Ach ja, gut. So. Auf diese Weise. Ach so, dann will ich den Zaun ja auch noch ein klein bisschen umbauen, wenn es schon so gut läuft. Dass wir auch auf die Teile hier auflaufen können. Und zwar nicht wie die Costa Concordia dieses Jahr sogar tatsächlich. Scheiße. Scheiße. Keine Spitzkacke dabei, oder? Ich hab extra Spitz... Ahem. Böses Wort. Acke gesagt. Ja, jetzt hacke ich noch das Teil hier fertig. Danach ist wieder mal Zeit für einen Cut. Cutscene. Please.